ja moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge zu ränkers monsters und der dunkle prinz wenn ich das video gefällt dann lasst ein abo und ein like da und ich wünsche dir viel spaß mit dem video ja leute hier halt noch mal die erscheinen aus den nachproduktionen beziehungsweise vom schnitt ich habe beim letzten part schon gesagt dass ich das in zwei teile geteilt habe deswegen will ich hier nur eben kurz anmerken dass es hier genau da weiter geht wo es beim letzten part aufgehört hat und zwar wirklich punktgenau noch mal hier kommt jetzt eigentlich nur sequenz also erwartet jetzt nicht zu viel dass ich hier irgendwas tue es kommt halt wirklich hauptsächlich sequenz und glaubt mir der inhalt ist sehr krass und sehr wichtig für das spiel ich will jetzt gar nicht lange drum herum reden ich sage einfach mal genießt das video und viel spaß noch schau mal genau Bitte! Bitte! Bitte, stop! Du wirst es wirklich tun tun, nicht wahr? Du wirst benutzt Esterk, um die Humanität abzuhren! Du musst nicht gehen nach Mammon Mine! Nichts gut wird von diesem. Wenn du nicht aufhörst, wird nichts zurückgehen. Also bitte, bitte, nicht das! Lord Man-Slayer! Ich fühle mich eine Waffe von vrösen Verwirbel gerade jetzt. Ich würde sagen, dass Esterk einfach nur wieder zurückgekehrt hätte. Jeder hat in der Diabolik Hall gesammelt. Komm schnell, wir werden dich warten. Bitte, nicht weg! Nein! Also, du hast deine Meinung gemacht. Ja, Rosi, tut mir leid. Aber die Menschen sind mies. Ja und nein übrigens an der Stelle. Es gibt schlechte Menschen, definitiv. Aber das ist Ansichtssache, ne? Ich würde sagen, wir gehen noch nach Teufelsheim. Ich will jetzt noch wissen, wie das jetzt weitergeht mit Esterk. Was? 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 Es ist eine Zeit, zu sehen, die Pendulums fliegen. Aber endlich ist es Zeit. Es ist nye, es ist nye. So der Lord of the Underworld riecht! All hail the Lord of the Underworld! All hail the mighty Manslayer! Time for those hopeless humans to say goodbye. Let them drink from the Horn of Misery. Zoom! Everyone, swing behind us! You're pulling my chain! This gaggle of puny humans managed to best the Lord of the Underworld! But only heroes descended from the heavens can defeat the Lord of the Underworld. The prophecy said so. They, they can't be. That's Elena, princess of the Moxfa, and her attendants, Karel and Borea. And Meier and Mina are of laissez-faire. Even Ragnar McRion and Tornaco to Luna here. Lord Manslayer, it's the Cabal of the Chosen! Is Meier deceiving me? Did that monster say, Manslayer? He is one who brought harm to the Moxfa. He is brutal took father. Terrible news, my lord. It's Rose. The humans have... Do you hear me? Watch closely. No! Stop it! Let me go! Please, help me! Help me! Now, listen well. The time has come for you to make a decision of great import. It is not only your own fate which hangs in the balance. The choices you are about to make will change the entire world. If you are to see through the deceit and recognize the truth, you must hone your inner eye to pierce the veil. Hayır, I will require you to make an정, you may believe in your own fate as a result. Auch wenn die Folge dadurch ein bisschen länger ist. Ich habe ihn gesehen. Der Regier der Gruppe war nichts anderes als Toilin Trouble. Kein Wunder, er war nach meinen Rüben. Alles klar, genug! Die Jig ist auf! Toilin! Ich habe das Ganze gesehen mit meinen eigenen zwei Augen. Ich habe ihn rausgebracht. Hör auf, mein Mann. Diese Rüben hier ist ein Imposter. Die Rüben ist noch in Gefahr. Kein Zeit zu verlieren. Wir müssen unsere Rüben. Wie kann man das sagen? Ich sage das. Du musst mir glauben. Toilin ist derjenige, der die ganze Sache machte. Er hat mich verabschiedet. Was? Komm schon! Du bist nicht für das. Du bist? Bitte. Du musst mir glauben. Du bist mir verabschiedet. Wann habe ich mit dir lieb? Oh! Ein von ihnen versuchen, ein Rüben. Ich habe einen Rüben von einer Deskription, aber ich weiß nicht, wer es ist. Wie im Leben bist du die Echte? Bitte. Ich glaube, emsig tatsächlich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Öffne deine Augen. Ich glaube nicht. Du bist die Rüben. 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 Du bist die richtige Entscheidung. Du bist die Rüben. Aber warum? Wie kann man das? Schau. Schau. Ruby Tears. Sie schreit. Real Rubies. Rose kann das kein Impostor sein. Schau an sie, your highness. Du musst in die Rüben gewinnen, Rose. Wie kannst du in die Rüben. Was ist mit dir, oder? Oh, vergiss es! Du bist auf deinem eigenen Weg. Warum ist Toiland so so schlägt? Natürlich, Limee. Das war ein nahes. Das war's. Danke, Gloopert. Ich bin so glücklich, dass du wirklich ich wusste. Oh. Sehr gut. Dann hat alles genau zu planen. Es sieht, dass die Party vorbei ist, mein Lieber Prinz. Ich bin ein Impostor. Würdest du es glauben? Ich bin so glücklich, was ich glaubst. Das war's. 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 Ich bin überbrot. Das war's. Das war's. Das war's. Du bist schief. Dann mal eine Spannung. Ich konnte, wie viele solche Werbeidenz. Du Murmire-Word. Du hast meine Fähigkeiten. Du ... Du kam ... für mich ... Du, du ... Du, du, du ... Bitte ... Bitte ... Just give up on your plan. Just, just stay with me here. Always. Just give up on your plan. Just give up on your plan. Just give up on your plan. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Ich oder Rose? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.